ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu resident evil 1 hd bemaster und genau ich habe jetzt glaube ich eine idee ich habe also ich habe nicht in dem gehalten aber ich habe es glaube ich eine idee was wir hiermit machen müssen genau ich bin jetzt wichtig gespeichert als wir hier reingekommen sind hatten rebecca uns netterweise geheilt und hat so ein bisschen was erzählt so von wegen dass diese ganzen serien hier und diese ganze medizin alles von umbrella ist und umbrella ein ziemlich guter steuerzahler ist angeblich genau sie hat uns geheilt wie ihr seht sie grün und genau wir können da wir schon mal hier sind das ist ganz gut weil dann können wir nämlich eine heilung ablegen weil so viel halber brauchen wir definitiv nicht treibstoff kanister den werden wir mal ja nie dass sie mal hier drin und schrott kann money schrott kann wo die komplette das einfach damit und dann packt die budi wieder hier rein so ich glaube wir können nämlich zum ersten mal ja das herrenhaus verlassen zwar noch nicht endgültig aber jetzt für die zwischenzeit und da bin ich mal gespannt ob das wirklich jetzt so funktioniert alles klar gut wir lassen dich hat kann erstmal ausgerüstet schrot kann wie ich sie mein ende und ich hoffe dass es das ist weil ich habe jetzt überall rum probiert und da passiert nichts das kann man vergessen in der hauphalle und wie gesagt ich hoffe dass wir da jetzt weiter kommt weil sonst muss man schild war mir leid aber ja ist halt komisch hier ist halt komisch hier den ganzen kram gab es auch im original gar nicht mit dem mit der steinplatte und so mit der tür gab es alles gar nicht und da war auch der schildschlüssel ganz woanders naja das ist schon okay so falls ihr hat das jetzt wieder die uhr falls ihr stimmen im hintergrund hört meine frau telefoniert deswegen nicht wundern aber ich denke dass ich dich schon schön abgedeckt kriege die stimmen und falls nicht dann tut es mir leid so ich hoffe das stört euch nicht ich hätte auch zwischendurch noch mal ein paar audioprobleme gehabt in der letzten folge lag einfach daran weil es scheinbar einen wackelkontakt an meinem kein wackelkontakt aber ich glaube meine audio buchse im rechner schon zu alt so dass das damals manchmal auftritt dieses phänomen mit dem rauschen aber ich hoffe dass wir das jetzt erst mal wieder geregelt haben ich habe die stecke einfach noch mal da draußen reingesteckt und das geht es wieder so es waren zum glück nach mit dem phänomen also von daher sollte es sollte schon passt guter versuchen war das doch mal hier vorne raus genau hier mussten wir ja eigentlich diese wappen einsetzen original aber hier ist jetzt tatsächlich was anderes schau dich das mal an hier das hier in der einbautung steht geschrieben der schänder des verfluchten sages und ihr seht es auch achten eckig oder sechseckig es funktioniert ich glaube es nicht okay und wir kommen hier raus okay da wird jetzt stolz auf mich dass wir da nicht nicht keinen guide gebraucht haben okay da gehen wir mal hier rein oh gott ich erinnere mich an zombie hunde in diesem bereich hier auf jeden fall heilspray und shotgun munition nehmen wir da sind wir wieder voll nein lass das zeug liegen kommen ich kann mich hier an hunde erinnern hier noch nicht okay stimmt lauter dinge für gärtner scheint es nicht aber hier gibt es auch noch eine treppe die ist ja jetzt völlig neu ihr könnt euch erinnern im original gab es hier die kurbel hier gibt es jetzt scheinbar die treppe nach unten ich nehme das zeug gleich mit wenn wir wieder reinkommen ich weiß ja gar nicht was hier ist überhaupt wir kommen jetzt hier zum erst wo sind wir hier im innenhof aha der innenhof also oh oh mal eine weg scheint eine art wegweiser zu sein für jede richtung wird ein ziel angegeben valley of destruction a safe of hatred okay nsew summit of madness oder was da steht ja das untere path of revenge okay nordteil der zerstörung süd höhle des hassers ausgifel des irrsins west weg der rache ist das ein rätsel oder was ist jetzt hier los komplett neu alles hier keine ahnung das ist ein schalter da ist ein schalter aha also irgendein rätsel scheinbar interessant gucken wir uns doch okay wesker lebt also noch ja wer hätte es gedacht und er sagt wir sollen nicht aus dem haus gehen beziehungsweise in den wald vor das haus ja sehe ich ein jetzt ist hier noch nur so was okay ich habe keine ahnung also okay hier aber nicht rein oder was das tor öffnet sich wenn die begehren des hundes gestillt sind die begehren des hundes anstatt mit blaugen augen blaugen augen sie trägt die in schrift der letzte atemzug der zerstörung anstatt mit roten augen sie trägt die in schrift der kampfschrei der rache wenn die begehren des hundes gestillt sind der gate of the hell stands wie vor sie wie vor geht wie mein klaus weiß der watch dogs from all hell has der eis und die okay okay ich weiß was wir machen müssen die hunde müssen ja so wie chris jetzt gut gucken also nicht auf das tor sondern woanders hin alles klar und deswegen als auch die roten und blauen hier diese diese windlinger okay da dreht sich der blaue hund nämlich weg das sieht schon mal gut aus nein was den was den so wie es ist da müssen sie doch nicht dahin gucken sondern weg gucken okay verstehe nach osten nach westen oder was ja okay alles klar direkt geblickt hier sehr schön aber auch gut das war die englische das englische da doch stehen hatten weil die deutsche übersetzung war ja wieder mal naja des hundes begehren konnte man nichts mit anfangen aber wir können hier durch okay und wir gehen aus dem hause aus der innenhof oh gott adler unterwand ne krähen sind das holy shit was ist das denn jetzt hier ah nein ah in dieser einbuchtung steht geschrieben wenn der wind über die erde weht scheinen die sterne am himmel okay wir brauchen unser wind farten okay die adler die adler die zwei sind die krähen lasst mich raus hier danke dass wir einfach raus hier okay das heißt wir müssen da unser wind wappen einsetzen um himmels willen holy shit das ist ein riesen gebiet hier noch mal extra wow okay es ist irgendwie gruselig gehört da müssen wir auf jeden fall was tun okay boah ist das gruselig wirklich freund das ist ja richtig eklig hier dieser dieser gang erinnert mich irgendwie an slenderman ich weiß auch nicht mal boah wie lang ist denn der gang hier kann man durch den wald stapfen oder was nee nee leider nicht ja toll zwei heilkräuter kann hier nichts weiter machen hier nichts weiter nö sonst ist hier nix okay nur die tür also einfach nur ein bereich okay aber die lasse ich erstmal noch mal liegen nämlich das liegt auf dem boden rum nämlich erst mit wenn wir wieder reinkommen okay dann hier oh gott oh gott wenn so ein garten host das aber nicht das garten aus was ich kenne oder hier ist ein speicherraum ja vielen dank auch was ist das denn das ist ein feuer auf jeden fall was ist das für ein feuer hier dieses kaminholz sieht frisch aus boah das ist irgendwie grausig gehört eine reihe von verbänden wurde aufgehängt sind diese braunstellen blutflecken oh gott kommen auf jeden fall hoch eine karte vom innenhof ja gerne aber sonst ist ja nicht doch guckt mal ah das ist aber okay das ist aber der rest den wir kennen sie haben die karte von innen das ist aber ein primitives bett darin hat wohl schon lange wie weit mehr geschlafen aber wir haben hier eine schreibmaschine und ach du scheiße da liegt ein schuh oder ja ein abgetrinktes bein ach Leute von hier aus haben sie eine gute sicht auf den eingang der hütte wo ist denn jetzt hier meine kiste da ist meine kiste ah danke da ist meine kiste können wir das zeug mal ablegen weil wir kriegen ja jetzt wieder unendlich heilung da draußen speichern werde ich erstmal nicht shotgun da ist nicht mal ausgerissen ich weiß nicht ob wir es brauchen oh was ist denn hier los ah ah da liegt die kugel eine winde okay das ist interessant prüfen eine winde das ende ist quadratisch genau jetzt haben wir die quadratkurbel so wie im original auch ich bin mir aber unsicher ob wir die tatsächlich noch brauchen haben wir somit hier alles nee ist noch was hier liegt noch was irgendwo aber ich lege die kugel erstmal wieder weg tatsächlich ah und wir können auch die sache mit der windwappen machen ah sehr cool und dann lichtet sich auch die sache mit den story items gerade mehr können wir da tatsächlich nicht machen was wer ist da wer kommt was was wie geht's was was ist das was ist das für ein ding im himmels will ich habe keine einung dabei was ist das für ein teil da ist das ekelig das ist ekelig oh was ist das denn boah was ist das müssen wir das etwa verbrennen nein das ding steht wieder auf wie jetzt wie jetzt äh lauf mal ganz schnell weg hier und was ist das das ding geht nicht kaputt oder was ach Gott wartet mal äh ich würde hier sehr gerne nochmal ähm ich glaube wir brauchen hier den dazu ist jetzt kein was aber hä wie da ist jetzt keine ich kann nicht aber eine kiste dran ich hätte speichern sollen ich hätte sowas von speichern sollen das ding steht auch immer wieder auf aua das ding steht auch immer wieder auf mensch ich sehe nichts das ist ekelig nicht nachladen ja toll danke super toll ja wir sind tot und keine ahnung was das was ist das für ein ding da kommen wir natürlich jetzt nicht an unsere kiste dran wir haben kein contentio ne shit och nein ich muss noch äh ich muss alles hin und hin ok ich würde vorschlagen wir sehen uns gleich wieder so freunde da bin ich jetzt wieder ich habe jetzt alles nochmal nachgeholt und wollte gerade speichern habe aber hier ein familienfoto gesehen schaut mal ähm in der Nähe von der schreibmaschine äh family picture of some notes my dearest Lisa ok jemand hat ein tagebuch hinterlassen 19 papi erst angegriffen mami dann angegriffen innen rot und schleimig weiß und hart nicht echt mammel wo alter wo weiß nicht papi mami wiedergefunden als mami angegriffen kein beweg mehr sie schreit warum will nur bei ihr sein mami wo bin so allein oh Gott ok das scheint Lisa zu sein eine alte schreibmaschine ja bitte ich möchte jetzt nicht nochmal nachholen das ganze äh ok diese Lisa ist mir irgendwie nicht geheuer überhaupt nicht wir brauchen wahrscheinlich einen äh kerosinkanister dafür ne oh Gott ok treibstoffkanister und dann kann es losgehen da bin ich jetzt mal gespannt wie wir die platt kriegen ok Lisa äh ja danke das kennen wir ja schon ne das kennen wir ja schon ok ich hoffe dass wir die jetzt irgendwie besiegt kriegen das ist ja richtig ikelhaft was ist mit dir passiert ok das ist widerlich das ist widerlich Lisa geh weg geh weg geh weg geh einfach weg ok können wir dich verbrennen das geht nicht das geht auch nicht warum das denn jetzt nicht hä das ding steht aber doch immer wieder auf schade oh das hatte ich jetzt echt vermutet ich weiß ja nicht wie oft das ding jetzt wieder aufsteht das braucht es also wir können es nicht verbrennen es geht nicht leider ich weiß ja nicht wie oft das jetzt wieder aufsteht das ding und da müssen wir einfach raus könnte kann auch gut sein dass wir hier einfach raus müssen aber wir haben hier doch ne wir haben hier nichts mehr ok einfach raus lass es da versorgen das ding mein gott bitte ok ja so geht es natürlich auch und ich habe keinen platz nein ich musste aber noch mal da hinten hin ich muss noch mal rein und das ding noch mal anlegen weil ich muss an die kiste dran oder ist es jetzt ist es jetzt weg die oder das wäre so einfach gewesen ach ich vollidiot ich hätte einfach raus rennen können ja ok aber das war nicht richtig ekelhafte gesellin so ok dann können wir eine heilung mal wieder ablegen komplett aber wir haben ja da draußen noch ein grünes kraut die shotgun money nehme ich aber mit hier nichts mehr ist das ekelig gewesen vor allem das gesicht der kopf wo komme ich nur diese ideen immer wieder herkommen wo was für ein zeug raucht ihr das hätte ich auch gerne ok wir nehmen das grünes kraut hier mit sonst haben wir hier nichts mehr oder nee sonst ist sehr gut das heißt wir können hier weg wir können hier einfach weg ist das ekelhaft gewesen es lebt immer noch ich höre es noch aber wir laufen wir laufen einfach ich renne wieder zurück ins haus oder was oh toll nein ich will nicht dahin zurück hier gibt es noch eine treppe ok lauf einfach weg chris lauf einfach keine lust auf das ding wirklich nicht aber hier ist nichts okay die ist nichts sehr gut alles klar das heißt wir können hier weg ich will hier raus ekelig ekelig ok danke 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 haben wir das wappen mitgenommen haben wir das wappen mitgenommen ach doch gott sei dank ich war nicht ganz so dumm ok dann schauen wir uns mal diese grabsteine hier vorne an gut hier aua oh gott äh da ok ok da kommen jetzt drei andere wappen wappen eingepasst ja wir haben keinen platz mehr aber was ist denn das hier da können wir doch drei rein tun oder diese einbuchtung ist etwas eingraviert zwei vertikale striche ein kreuz und drei horizontale striche könnte das eine art symbol sein das sieht echt interessant aus ne prüfe es weist ein mond symbol auf was ist dahinter ah guck mal es gibt eine schalter ok das heißt wir können die hier einsetzen keine besonderen merkmale dann setzt das ein ha ok das ist das erste prüfen wir brauchen da wahrscheinlich das plus ja ok da können wir das nämlich auch einsetzen wie ein kreuz geformt verwenden und dann jetzt noch ganz schnell nach rechts rüber und hallo nimm das wappen eingepasst das sonnen wappen ok das ist jetzt interessant dass wir das hier für was ganz anderes brauchen töhöö das sind die drei striche ja ok da bin ich mal gespannt was war da bekommen drei vorstehende striche sind zu sehen so was haben wir denn da oh ne ach wie geil wir haben die magnum alles klar freunde ha 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 ja wir haben unsere magnum schuss oh wie geil ist das denn wie geil ist das denn wie geil ist das denn aaaah wir haben die beste warte des spiels oh das ist so gut das ist so gut das ist so gut prüfen magnum munition ist geladen magnum gewolver unmöglich boah katz mel serious mach schutz schon nicht schlecht muss man sagen so wir sind noch grün die raben haben uns nichts getan ok ok der fredhof der war cool muss ich sagen eckelig da oben mit dies ach so was wir vergessen hatte zu sagen ich habe die ganzen items hier vorne in diesem bereich schon eingesammelt das heilspray die und die schottkanuni und da war noch eine blind granate die habe ich auch noch mitgenommen und genau jetzt kommt wieder in ein bekanntes gebiet hat gott sei dank das haben wir überlebt ist aber ziemlich voll gefällt mir gerade nicht aber wir müssen wir müssen raus tatsächlich wir müssen raus aus dem herrenhaus wer ist nur noch die sache mit dem tiger und da der gang ist noch verschlossen ja gut so ein paar sachen muss man halt noch machen ach stimmt man geht ja erst raus und dann wieder reinzukommen genau aber wir verlassen das jetzt erstmal das herrenhaus hier kommen glaube ich hunde ich höre das doch super immer diese kaputten funkgeräte ich höre das doch diese drecks hunde das sind drei stück hier ihr spinnt ja wohl ihr spinnt ja wohl hallo kris wärst du dich mal ab hier das kann doch nicht wahr sein okay wir sind aber doch grün drei hunde was zur hölle drei hunde hier wir sind immer noch grün hauptsache wir sind noch grün die hunde aber den bereich kennen wir jetzt wieder habe ich da nicht eben grüne kräuter gesehen sind hier nicht grüne kräuter doch hier ist doch rot genau da vorne und ein blaues und ein blaues kraut lasse ich erstmal liegen genau hier vorne geht es ja weiter in den garten das kennen wir ja das ist das jetzt hier für ein teil okay ach hier ist der aufzug genau der aufzug wo noch was da drin ist das heißt wir können da erstmal nicht weiter aber wir haben drei hunde gelegt ist das nicht cool so dann können wir aber was also die kräuter sind da und wir hatten die kurbel mit gucken wir mal ich glaube wir brauchen die kurbel hier das heißt wir können auch das eine kraft mitnehmen also beide und die dann zu grün blau machen ja ich habe es mir schon fast gedacht da ist ein quadrat ist noch wie bonnie kurbel alles klar freunde okay aber jetzt weiß jetzt wissen wir zumindest wo es hier weitergeht weil hier will er nicht rein da macht er nichts weil das voll wasser ist ja okay aber da wissen wir ja schon mal was uns da in der nächsten folge erwartet weil ich will jetzt nur noch dass das zeug holen das heißt die kurbel da wissen wir schon mal was uns erwartet das ist schon mal gut nimm das blaue kraut bitte mit das blaue kraut ist ja anti gift bis da ja so dann das hier kombiniere damit gemischte kräuter das grüne noch mitnehmen und dann sollte es das hier gewesen sein tatsache und genau dann würde ich vorschlagen geben wir wieder zurück der speicherraum ist jetzt ewig weit weg tatsächlich ja der speicherraum ist so weit weg dadurch dass die tür halt kaputt ist ich meine rein kommen wir ja oder rein kommen wir nur nicht raus und dann würde ich vorschlagen ja aber dann frage ich mich aber da wir dieses sechseckige ding hier eingesetzt haben was müssen wir denn dann in der hauptrolle einsetzen das ist mysteriös ja muss ich sagen so wir haben ja hier unseren speicherraum ich meine rein kommen wir ja wir kommen nur nicht raus das ist das problem aber ok freunde ich würde dann noch vorschlagen wie gesagt ich leg mal alles ab und lauf dann wieder dahin oder soll ich euch dritten lassen und dahin laufen ich meine das ist ja ein laufweg der vom spiel gewollt ist so die markt nun kann mal raus die shotgun money das kann auf jeden fall raus das kann ja ich weiß nicht nie das war das kann ich mischen ok und dann brauchen wir die kurbel sonst haben wir auch kein story alte mehr also das ist jetzt das was was sie zu tun haben kombiniere david und dann geht die einen einen platz freien kombiniere damit und ich würde vorschlagen dass wir naja obwohl die muni die ganze im jahr kommt abspeichern werde ich jetzt nicht alles klar gut oder sind wir doch nach nebenhin laufen ja ich würde vorschlagen laufen wir nach eben hin kommt es ist jetzt nicht so schön hier ist zu ne danke danke für die 10 mal ausruhe laufen toll dabei ist okay ist es halt sie denn die einzelne viele laufwege oder nie wisst ihr was ich glaube ich lauf selber hin gut liebe freuer würde ich einfach mal vorschlagen ja wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein like oder aber da lass die glocke läuten er würde mich sehr freuen dass jetzt gerne weiter den kanal und wenn ihr bock habt ein bisschen privat zu quatschen oder so unten in der video beschreibung findet ihr den link zu meinem diskurs aber ich freue mich da zu sehen und ja wie ist da draußen mit der kurbel weiter geht sie weiter beim nächsten mal und ja da würde ich sagen würde ich euch noch schönen abend oder schön